Hier kommen die besten Tipps der Bundesliga-Tippforce. Kommen wir zum Eingemachten, der Sechser-Kombi, die wir bei vbet.net abschließen. Denn dort erhält jede Sechser-Fußball-Kombi automatisch eine Expressversicherung. Das heißt, wenn man fünf der sechs Tipps nur richtig hat, bekommt man eine Gratiswette in Form des Einsatzes zurück. Wir brauchen also sechs gute Einzeltipps mit einer Mindestquote von 1,6. Das macht eine Gesamtquote von mindestens 16,7. Der meistgenannte und beste Tipp an diesem Spieltag, bei Hoffenheim gegen Freiburg gewinnt Hoffenheim. Allerdings ist die Quote auf unter 1,6 gesunken. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, auf Hoffenheim mehr als 1,5 Tore zu setzen, bei einer Quote von 1,68. Bei Leipzig gegen Düsseldorf sieht es ähnlich aus. Hier ist die Quote von Leipzig bei 1,4 zu niedrig. Wir spielen also Leipzig Asian Handicap minus 1 bei einer Quote von 1,62. Bei Hannover gegen Dortmund war ich mir unsicher, ob ich auf einen Dortmund-Sieg gehen soll oder auf beide Treffen. Die Quoten waren fast gleich. Ich habe mich dann für beide Treffen entschieden und hoffe, dass Hannover zu Hause ein Tor gelingt. Ein Tipp von Ferry und ich teile den, weil ich davon ausgehe, dass dieses Spiel 0 zu 0 endet oder einer mit einem Tor gewinnt. Hier fallen weniger als 2,5 Tore bei einer Quote von 1,72. Komischerweise hat keiner den Auswärtssieg der Bayern in Stuttgart genannt. Da muss man mit Asian Handicap minus 1,25 agieren. Das heißt, wenn Bayern nur mit einem Tor Vorsprung gewinnt, gibt es einen halben Verlust. Aber die Kombi-Werte platzt nicht und wenn Bayern mit zwei Toren Unterschied gewinnt, ist diese Werte durch. Und bei Leverkusen gegen Wolfsburg haben wir ein Beide-Treffen. Das ergibt eine Gesamtquote von 24,80. Einsatz ist 30 Euro, Gewinn wäre 706 Euro. Und bei 5 von 6 Richtigen kriegen wir den Einsatz als Gratiswette. Das ist die zweitbeste Quote auf dem Markt. Nur 1x-Bett hat bessere Quoten. Allerdings spricht ganz klar für V-Bett, dass es dort die Expressversicherung gibt. Die könnt ihr euch über den Link sichern und erhaltet dann bei 5 von 6 Richtigen in der Kombi eine Gratiswette in Höhe des Einsatzes. Bei der 2-4er-X-Systemwette müssen 2 von 4 Spiele unentschieden ausgehen. Bei 2 von 4 machen wir Gewinn, bei 3 von 4 richtig Gewinn und bei 4 von 4 Checkpott. Naja gut, dafür müssen Leverkusen, Wolfsburg, Frankfurt, Bremen, Nürnberg, Mainz, Augsburg, Gladbach alle unentschieden spielen. Einsatz ist hier insgesamt 30 Euro, das heißt 5 Euro pro Zweierwette. Und dann Schuster bleibt bei deinem Leistung, Harry, noch eine Double-Bett von Hoffenheim und Leipzig. Die Siege kombiniert und ergibt eine 2,23er-Quote. Das kann man eintüten. Und für die ganz Harten unter uns wetten wir Hoffenheim Asian Handicap minus 2 bei einer Quote von 4,13. Auf geht's, hoffe! Alle Tipps, die unter die YouTubes wieder gepostet werden und die wir abschließen, werten wir auf unserer Webseite X-Bett-Tipps aus. Mach mit bei der Tippforce, abonniere diesen Kanal und lass uns zusammen gewinnen. Eine Serie zumès. Funeln! Musik Musik Sagen,-G.: Musik